Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Ja, in der letzten Folge haben wir den Chocobourgourmet besiegt. Ja, Sparrow Level 1. Kann ich das immer kurz hier so und so. Bisschen mehr MP, aber nichts wirklich Lohnenswertes. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ganz kurz hier zum Speicherspherin innen drin. Und dann können wir relativ schnell über die Ebene flitzen. Was mir gewundert ist, was ist das? Ach, das ist wieder so ein Lexikon. Ja, das hilft uns herzlich wenig weiter, weil das ja hier mein erster Spielstand ist und ich dadurch keine Albed Lexikas habe. Boah, sorry, das kam mir gerade ein Versuch drüber. Ah, ich will. Und wir dürfen auch den Chocobour reiten. Das geht dann doch schon mal ein bisschen viel schneller. Und weil wir auch hier einen Chocobour jetzt haben, können wir ja nämlich auch hier ausgeschalten auf... Na, wo ist sie? Na? Hier, hier ist die Chocobour-Feder. Wenn wir die ansprechen... Mach Jocobour-Gunststückchen. Und wir kommen zu einer Tore, die wir dann auch natürlich öffnen. Mit einer Feuernanze. Oh, Hado Shalinda. Kein Thema. So. Dann haben wir jetzt hier noch eine Truhe. Wups. Mit zwei High Potions. Hier gehen wir aber noch nicht lang. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Denn hier gibt es noch was Wichtiges abzuholen. Und hier war sogar irgendwo noch eine Feder. War da nicht gerade. Sorry, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen. Das wundet mich jetzt. Aha, wusste ich es doch. Der erste Truhe. Mit einer Elektraklinge. Nächste Truhe mit einem Datenball. Ja, eigentlich schon Ausrüstung sammeln. Das kannst du später noch gut verkaufen. Werden wir auch irgendwann mal machen müssen. Ja, hier, die waren meine Stürme beim Tränieren. Beim Tränieren. Wir fletzen jetzt erst einmal komplett durch. Und zwar werden wir... Genau hier rausgekommen. Wenn wir den Kampf gegen den Schokoburumi verloren hätten, indem wir uns unterschubst. Und hier haben wir eine Saturnmarke. Die werden wir dann auf jeden Fall noch gut gebrauchen können. Und walken. Kommen nach der alten Straße war ein Fehler. Du kannst ein Business mit keinen Kunden. Ja, wir schauen mal drüber. Ja, okay. Das hat sich dann schon erlebt. So, hier kann man noch an der Seite ran. Und hier ist noch eine Feder. Na. Zack, zack, zack. Und... Ein Luxoriet. Die sind verdammt selten. Da sollten wir uns gut überlegen, wer den kriegt. Wirklich, so ein Luxfeld, das hast du wirklich verdammt selten. Alles klar. Dann sind wir jetzt wieder hier bei dem Versammlungsplatz. Und wir können dann... Oh. Ja, okay, wir gehen runter. War das nicht Donner? Okay, die sind aus Russland-Plan. Ähm... Was? Wie, die machen kurz sinnfertig. Und wieso transportieren die dann ein Monster mit sich? Okay. Aber... Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also hier kommen wir erstmal nicht so weiter. Hä? Das ist doch Simo. Also prima, Simo. Ja. Also, wir treffen uns wieder, Lady Yuna. Ja? Sieht ja übel. Es ist irgendwas, ich kann das tun? Um... But... but Maester Seymour... Maester Seymour, sir. Do not worry. I will take full responsibility. Very well, they may pass. It is done. Thank you, Ugrace. All right, so we can continue. Thanks, Seymour. Should we thank him? Yuna, it's time to go. Oh, right. Who does he think he is? He's a Maester. Better get used to it, yeah? All hail, Maester Seymour! All hail, Maester Seymour! Hmm. Hmm. Nice. Nice. What's going on? Why is Maester Seymour back in the Crusaders, eh? They're using Albed's Machina. They're violating the teachings. Even going against the teachings, they're willing to risk it for the greater good. Waka, I think Maester Seymour sees that, too. Lulu! Hmm. I can only speculate. Ask him yourself. Ah, Sir Oran. It is an honor. I would be most interested in hearing what you've been doing these past 10 years. Hmm. I've got nothing to say about it. I... see. Sir Oran must be a great asset as a guardian. Your grace! Please. There's no need for formalities. Excuse me. Maester Seymour. Why is... your lordship... presently... present here, Sir Oran? Hmm. Please. Speak as you normally would. Uh... Isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you gonna stop them? It's true. I should. Hmm. Hmm. However, both the Crusaders and the Albed truly wish peace for Spira. This operation Mihen was born from that wish they share. Although it may be sacrilege to Yevon, their intentions are pure. And I, Seymour Guadal, the person, not the Maester of Yevon, as a denizen of Spira. I wish them well in their endeavor. But... using Machina, that's bad, isn't it? Pretend you didn't see them. What? Beg your pardon, but that's not something a Maester should say. Then pretend I didn't say it. You're kidding. From the first time I laid eyes on him, I never did like Seymour. But you know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. Okay. Bevor wir jetzt hierbei ganz kurz weiterreisen, I forgot to choose to choose. By Tidors, we will now choose the Kampfgeist. The Reise fills us now, if we have a damage to the enemy. This is definitely for Tidors the best alternative to the Kampf, also the Extase. That's what we're just going on here. Here we have the Zuck-Echse. And the Extase fills us. Also, damit sollte wirklich das Lernen der Extase-Techniken schon was schneller gehen. Okay. Mami wants to move on back up to the end. Okay, Mami wants to move on back up to the end. Okay, Mami wants to move on back up to the end. Okay. We will now have a few more fights until we arrive at the Mihan offensive. But we have something else here now. Okay. So we are going to move on. Okay, so we have to move on. We are going to move on. Oh. Walker? Good day, lad. Hehehe. Sniff. Mhm. Hast du irgendwas Neues? Wait. Ja, hier ist der Verschwächte. Wir sind vom weißen Stab. Oder sonst. Ich war gerade überlegen, ob er das hohen soll. Okay. Oh, da haben wir auch schon mein... wieder mein Fudding. Einmal weg. Zack, zack. Und die haben wir mit uns. Tschüss. Affair. Okay. Blue. Stab. Jetzt haben wir hier einen... Thunderpudding. Und wir brauchen Wasser. Oh, der ist noch nicht tot. Aber Auden kann schon mal... jeder aufgedüppeln. Und Tidus kann dann rein kommen. Einmal abwehren. Ja komm, kannst du jetzt mal draufknüppeln. Och so. Ja gut. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Sehr schön. Hier ist ein Schwächter-Sellerie. Was ich nämlich jetzt machen werde. Ich werde jetzt hier einmal ganz kurz... Ähm... Na? Kriegen wir den Kampf? Jawoll. Einmal den will ich auf jeden Fall weg haben. Und dann einmal zu Yuna bitte. Und dann beschwören wir einmal Yfri. Ich hab die kurzen Emotionen jetzt drin. Ich hab angefangen gedacht. Habe ich ja nur ca. 20 Folgen gebraucht. Und dann... Möchte ich einmal von beiden... Ähm... Das ist ja super. Dann werde ich wohl mal eher Verfaris rufen. Verteidigen. Ja. Ja. Dann müssen wir hier die Verfaris Ekstase aufladen. Ja. Mit... Ähm... Hier. Yfrit kommen wir dann relativ wenig weiter. Weil die ja wirklich Feuer haben. Und Feuer heilt uns. Und... Also kriegen wir ja auch keinen Schaden. Also hab ich's genau falsch gemacht. Ich müsste eigentlich jetzt hier bei den Viechern... Müsste ich den Wolf da lassen. Dass er angegriffen kann. Ihr seht schon, das kloppt super mit der harten Tour. Ekstase ist schon zur Hälfte gefüllt. Und... So. Sie ist voll. Und Verfaris ist tot, natürlich. Ey, jetzt ist gerade echt der Wurm drin. Ach, weißt du, was? Fick doch die Henne, ey. Das machen wir jetzt ganz einfach, wenn wir gleich so weit sind. Ja, wir schwören eigentlich... Einfach gleich... Ey. Hier, Yfrit und so weiter. Auswahl. Äh, verteidigen. Auswahl schon ist ja so gut. Okay, Mario noch. So. So. Das ärgert mich jetzt gerade, dass es so schief gelaufen ist. So. Jetzt aber noch... Ey, jetzt ist gerade bei mir echt der Wurm drin. Abbrechen. Ich will dich ins Blitzball-Stadion. Ich speichere jetzt einfach einmal hier. So. Einmal dann hier drauf. Ein wundervoller Aufzug. Ich hab zwar keine Ahnung wie das funktioniert. Aber... Okay. Aber hier wird uns noch einiges erwarten. Und wir sollten noch hier schon alles mitnehmen, was wir jetzt brauchen. Weil später wird das was schwieriger. Ja. Jetzt mal noch ein großer. Einmal einen Blindheb. Und du hast schon nichts mehr zum Meckern. Können wir uns von dem lernen? Nein. Einmal Blitz. Gut. Gut. Dann einmal Tidors. Der kann mal nochmal anfangen. Ähm. Ja. Dann versuchen wir das gleich einfach nochmal. Augen. Und dann Yuna. Dann machen wir das jetzt erstmal mit Ifrit. Mit Ifrit sollte das was einfacher sein. Weil der sich ja auch noch heilen kann. Weil Faris kann sich halt nicht heilen. Das ist das Problem. Zack. Und eine harte Tour. Ja. Greifen an. Super. Angreifen. Und harte Tour. Der ist noch blind. Das geht noch. Angreifen. Aber jetzt ist die Exile von Ifrit schon voll. Und dann können wir jetzt hier zurückrufen. Und dann können wir jetzt hier zurückrufen. Mal abwärmen. Mal abwärmen. Weil die Exile von Gimchen voll machen. Aber der ist noch von Pharis. Und dann komm ein paar Rechte. Und dann muss ich jetzt auch auf. Ich brauche ne Pause. So. Jetzt aber. Harte Tour. Bei dem jetzt gehst du schon wieder drauf. Moment Da kann ich noch etwas für die Seite Schaltfinger Ja und tschüss Super Das hat ja nur halbwegs schlecht funktioniert dieses Mal im Kampf Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss